BR 2018 Leute, habt ihr so was schon mal gesehen? Ein Huhn, das Klavier spielen kann. Cool, ne? Das ist Oreo. Und Oreo ist kein normales Huhn, sondern eine Art tierischer Schauspieler. Solche Tricks werden ihr speziell dafür beigebracht, dass ihr die vor der Kamera auf Kommando vorführen könnt. Genau darum geht's in der Sendung, um Tiere beim Film. Und jetzt noch mal ein hohes Zeh. Super. Tiere im Film gibt es schon, solange es Filme gibt. Bereits vor rund 130 Jahren waren solche Pferdeaufnahmen so eine Art Vorläufer unserer Filme heute. In den darauffolgenden Filmen waren Tiere lange Zeit nur Nebendarstellungen. Später sind manche Tiere zu richtigen Filmstars geworden. Z.B. der Wal Willy, der Delfin Flipper, oder die Hündin Lassie. Sie hat sogar einen Stern in der amerikanischen Filmhauptstadt Los Angeles bekommen. Und den kriegen nur die ganz großen Leinwandstars. Heutzutage sind nicht mehr alle Tiere im Film echt. Oft sind sie am Computer entstanden oder als Modell nachgebaut. Die meisten von ihnen können sogar sprechen. Ich hab auch schon mal einem Tier meine Stimme geliehen. Der Giraffe aus dem Film Mein Freund, die Giraffe. Hört mal. Mh, mh, lecker. Der Haferbrei war echt lecker. Ich lerne heute einen tierischen Filmstar kennen. Und zwar den Hauptdarsteller der Serie Rako, ein Hund für alle Fälle. Darin geht es um die tiefe Freundschaft zwischen Flori und dem Hund Rako. Rako und seine Tiertrainerin Pamina darf ich bei den Dreharbeiten begleiten. Dabei kläre ich, was ein Filmhund alles können muss und helfe bei der Drehvorbereitung. Super! Ja, gut gemacht! Außerdem besuche ich eine Filmtier-Ranch. Dort werden noch ganz andere Tiere zu Filmstars ausgebildet. Und ich checke, wie man mit gefährlichen Tieren dreht. Wow! Also, alle bereit? Hier kommt der Filmtier-Check. Stimmt's? Ja. Und jetzt die Checker-Fragen. Das check ich für euch. Ich bin heute am Set der Fernsehserie Rako, ein Hund für alle Fälle. Die handelt von Flori, der mit seiner Mutter von der Großstadt aufs Land zieht. Dort trifft er auf den draufgängerischen Vierbeiner Rako. Die beiden werden schnell Freunde und erleben gemeinsam wilde Abenteuer. Rako, spinnst du? Die Serie spielt auf einem Bauernhof bei Miesbach in Bayern. Gerade dreht das Filmteam eine Szene, in der Rako auf Kommando auf allen Vieren auf eine Bank zukriecht. Die Kommandos gibt Tiertrainerin Pamina. Von der will ich wissen, ob nur Filmhunde wie Rako so was können oder alle Hunde? Checker-Frage. Hallo, Kamina. Hallo. Und das ist Rako wahrscheinlich, oder? Ja, das ist Rako. Der heißt aber im echten Leben Chewakka. Chewakka, okay. Also wie bei Schauspielern auch. Er heißt im Film Rako, das ist quasi sein Rollenname. Aber im echten Leben ist der Schauspielhund Chewakka. Genau, ja. Okay. Chewakka, hallo. Schön, dich kennenzulernen. Könnte denn jeder Hund von dir zu einem Filmhund ausgebildet werden oder ist Chewakka ein besonders intelligenter Hund? Der Hund muss unerschrocken sein und darf nicht scheu sein, darf keine Angst vor fremden Menschen haben und muss einfach auch Spaß bei der Sache haben. Und wenn das gegeben ist, dann kann man aus fast jedem Hund einen Filmhund machen. Okay. Was zeichnet ihn denn jetzt aus als Filmtier? Was kann er denn, was ein normaler Haustierhund nicht drauf hat? Der Chewakka muss für diese Serie sehr viele verschiedene Tricks können. Z.B. ganz viele Sachen den Schauspielern bringen. Danke, Rako. Oder er klaut Würstchen. Hey, Würstchen auch mal. Für seine Rolle muss Rako aber noch viel mehr können. Kannst du ihn mal auf Kommando bellen lassen? Chewakka, gib laut. Ja, laut. Wow. Aber wenn ich das alleine machen würde, würde es wahrscheinlich nicht funktionieren, oder? Probe ich es mal. Gib laut. Gib laut. Sehr gut. Ich bin der Oberhundetrainer. Aber das hat er jetzt schon nur gemacht, weil du das schon lange mit ihm geübt hast, oder? Also wenn ich das einfach so mit ihm jetzt probiert hätte, wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Ja, also ein Hund muss immer erst ein Kommando lernen, damit er auch weiß, wie das funktioniert und was er zu tun hat. Danke. Heute steht für Rako eine besonders wichtige Szene an. Er und Flori sehen sich nach langer Zeit wieder. Dafür gehen Rako, Pamina und ich jetzt auf der Wiese üben. Was trainieren wir denn jetzt? Chewakka soll lernen, dich auf Kommando anzuspringen und dir quasi in die Arme zu springen und sich über dich zu freuen. Und das ist für Chewakka schwierig, weil er mich eigentlich noch nicht so gut kennt, ne? Genau, also er springt dich jetzt nicht an, weil ihr beste Freunde seid und er dich riesig vermisst hat. Ihr habt euch ja gerade erst kennengelernt. Das heißt, es soll aber so aussehen. Das heißt, wir werden jetzt mit verschiedenen Spielzeugen ausprobieren, was er davon am liebsten mag und dann mal gucken, ob er dich deshalb auch anspringt und umarmt. Und so könnte Chewakka wirklich auch schauspielern, ne? Also für die Kamera sieht's so aus, als würde er zu mir springen, aber eigentlich ist es nur das Spielzeug. Genau. Pamina zeigt Chewakka ein Spielzeug, das er mag und macht ihn richtig heiß drauf. Guckt mal, jetzt lässt er auch bei mir das Spielzeug nicht mehr aus den Augen. Wenn ich mir das jetzt auf die Schulter lege, müsste er eigentlich auch an mir hochspringen und es sich holen. Hol's dir. Hopp. Super. Hat schon geklappt. Ja, gut gemacht. Habt ihr gesehen? Es sah fast schon so aus, als würde er sich über mich freuen. Damit der Trick perfekt ist, verstecke ich das Spielzeug und gehe ein paar Schritte weg. Jetzt bin ich gespannt, ob es immer noch klappt. Hopp, hol's dir. Komm her, Junge. Ja, hallo. Funktioniert. Die Illusion ist perfekt. Chewakka stürmt auf mich zu und springt freudig an mir hoch. Dabei will er eigentlich nur das Spielzeug. Der ist so cool. Hunde müssen beim Lernen Spaß haben. Haben wir ja gerade bei Rako gesehen. Der Trick dabei, die Tiere werden belohnt, wenn sie was richtig machen. Entweder mit einem Spielzeug oder mit einem Leckerli. Ein weiterer Trick der Tiertrainer geht so. Bevor es das Leckerli dann gibt, klicken die Tiertrainer mit so einem Ding, einem Klicker. Ist so eine Art Knackfrosch. Der Hund hört das und versteht, immer wenn ich was richtig mache, klickt es, und dann gibt's ein Leckerli. Und dieses Prinzip funktioniert bei jedem neuen Trick, den der Hund lernt. Er bekommt ein Signal, klick, gut gemacht und wird belohnt. So lernt er spielerisch neue Kommandos. Dieses Training heißt in der Fachsprache Konditionierung. Geh, Mix. Und so sieht das am Set aus. Rako soll auf Kommando mit Flori mitlaufen und macht alles richtig. Okay. Danke, aus. Pamina klickt und belohnt ihn sofort mit einem Leckerli. Für schwierigere Tricks, wie zum Beispiel diesen hier, muss Chawaka mehrere Tage üben. Und für eine Hauptrolle trainiert ein Hund dann schon mal zwischen ein bis zwei Jahre. Fast alle Hunde können Filmstar werden. Sie sollten allerdings keine Angst vor Menschen haben und gerne neue Tricks lernen. Leute, ich bin jetzt auch unter die Tiertrainer gegangen. Ich bin der Erste auf der Welt, der es geschafft hat, einem Wal das Sprechen beizubringen. Gut, ne? Zeigen wir euch jetzt. Wolfgang, wie wir es geübt haben. Den einen Satz in die Kamera, jetzt die Mitmachfrage. Los geht's. Du kannst, die Kamera läuft. Los geht's, Wolfgang. Zeig's ihm. Wolfgang, sorry, ich versteh's nicht. Wir konnten das doch so gut. Du bist so eine Diva geworden. Du machst überhaupt nicht mehr, was man mir sagt. Und jetzt, ne Frage an euch. Checkt mal, ob ihr die Antwort in der Sendung entdeckt. Die Lösung gibt's zum Schluss. Nach unserer Übung gerade ist Racko ziemlich aufgedreht. Deshalb macht er erst mal Pause, damit er nachher beim Dreh ausgeruht ist. Am Set proben bereits alle die nächste Szene. Die Titelrolle von Flori teilen sich die Zwillinge Lino und Leon. Und Lino stelle ich jetzt ein paar Fragen. Sollen wir's hier hinsetzen? Okay. Okay. Du hast ja jetzt schon öfter in Filmen mitgespielt. Jetzt spielst du eine Hauptrolle, wo du fast immer oder ganz, ganz viel mit einem Hund zusammenspielst. Wie ist denn das für dich? Also schon mal eine coole Erfahrung und es macht auch Spaß, weil ich hab ja selbst auch zwei Hunde. Okay. Und ja, es ist lustig. Wie hast du das denn gemacht, dass du dich so schnell an Chewakka gewöhnst? Irgendwie müsstet ihr ja so wirken, als wär's dein Hund. Ja, also beim Casting haben wir uns schon kennengelernt und sind auch so ein paar Runden gelaufen. Casting ist englisch und heißt Auswahl. Also in unserem Fall von menschlichen und tierischen Schauspielern. Wenn sich Lino und Chewakka beim Casting nicht verstanden hätten, hätte entweder das Tier oder der Schauspieler ausgetauscht werden müssen. Aber zum Glück hat's bei den beiden gleich gefunkt. Wie ist denn das, wenn jetzt dann nächste Woche hier Schluss ist? Meinst du, vermisst du ihn? Ja, also es ist schon nett. Aber hast du noch nicht das Gefühl, das wäre dein eigener und du willst ihn eigentlich mit nach Hause nehmen? Mit nach Hause nehmen, klar, aber es ist nicht mein eigener. Okay. Gut, ich glaube, es geht gleich weiter. Danke dir. Tschüss. In der Serie spielt Ines die Mama von Flori. Bin gespannt, wie sie mit Chewakka zurechtkommt. Wie ist es denn für dich, mit einem Tier zu drehen? Mit einem Tier, das so eine Hauptrolle auch spielt? Also erstens mal muss man als Schauspieler noch viel, viel konzentrierter sein als sonst. Also man darf wenig rumblödeln und eigentlich auch nicht laut sein, sondern ganz leise. Und man darf ja nicht am Set essen, man darf auch kein Parfüm tragen. Und die Maskenfrauen dürfen nicht so rumsprayen mit dem Haarspray, wenn er in der Nähe ist. Okay, wieso ist das so? Weil er das halt riecht und ihn das ablenkt. Das heißt, du musst dich schon ganz schön zusammenreißen jetzt. Man muss halt wirklich hochkonzentriert sein, weil das wäre schlimm, wenn der Hund es gut gemacht hat, man selber aber einen Hänger hat oder einen Versprecher. Das wäre richtig blöd. Ja, klar. Das heißt, die Konzentration am Set ist, wenn Tiere dabei sind, eigentlich bei allen höher. Und alles kommt darauf an, dass man den Moment hinkriegt, wo menschliche Schauspieler und tierische Schauspieler alles richtig machen. Guckt mal, laute Sachen, wie zum Beispiel Auto umparken, machen sie, wenn Racko nicht da ist. Und auch die Proben finden erst mal ohne Hund statt. Danach dreht das Team von Regisseur Uli alle Einstellungen, in denen man den Hund gar nicht sieht. Dafür verwenden sie einen Doppelgänger aus Stoff. Der steht hinter der Kamera. Die seht ihr gerade nicht, die hält Kameramann Eugen. So wissen die Schauspieler, wo später in der Szene Racko steht und gucken automatisch in die richtige Richtung. Guter Trick, ne? So, der Stoff-Doppelgänger wird weggeräumt. Denn jetzt ist es soweit. Chewakka kommt ans Set und verwandelt sich in Racko. Und guckt mal, jetzt hat Flori das Spielzeug für die Begrüßungsszene unter seinem Shirt versteckt. So wie ich bei der Probe vorhin. Und dann geht's auch schon los. Racko soll Flori freudig begrüßen. Genau wie mich vorhin. Hm, aber so richtig gut klappt das noch nicht. So wie die Schauspieler müssen auch Tiere manche Szenen mehrfach drehen, bis es sitzt. Und jetzt guckt mal, so sieht die fertige Szene im Film aus. Mama, warte mal. Racko! Wo warst du denn? Alle gedrehten Einstellungen sind zusammengefügt und eine tolle Musik macht die Begrüßung noch emotionaler. Racko ist superlieb, aber ich frage mich, wie dreht man mit nicht ganz so netten Tieren? Checkerfrage. Neben normalen Haustieren, wie zum Beispiel Hunden oder Katzen, sieht man in Film und Fernsehen ja immer wieder auch exotische Tiere, von denen manche echt gefährlich sein können. Schlangen zum Beispiel oder Krokodile. Haie. Löwen. Oder Spinnen. Wow! Uah! Na gut, die ist nicht echt. Und so macht man das beim Film tatsächlich auch. Für Szenen, in denen gefährliche Tiere vorkommen, oder eben welche, die schwer zu dressieren sind, nimmt man einfach Modelle. Danke! Heute verwendet man für Szenen mit gefährlichen Tieren neben Modellen oft auch Computertricks. Eine andere Möglichkeit sind sogenannte Doubles, also tierische Doppelgänger. Dann wird statt einer giftigen Korallenschlange lieber eine harmlose Königsnatte eingesetzt, die ganz ähnlich aussieht. So ist aber sichergestellt, dass dem Kamerateam und den Schauspielern nix passiert. Für Szenen mit gefährlichen Tieren nutzen die Filmemacher häufig Computertricks, Modelle oder ein ungefährliches Du. Wow! Gecheckt. Ans Filmset geht's nachher nochmal. Vorher bin ich auf Renates Filmtier-Range. Hier bilden Pamina und ihre Kollegen Hunde für Film und Fernsehen aus. Auch schon ganz junge. Die können immerhin schon mein Gesicht abschlecken. Und das hier ist Goldendoodle Eddie. Und was der drauf hat, das seht ihr jetzt. Ihr habt ja auf dem Hof hier richtig, richtig viele Hunde. Kann jetzt Eddie zum Beispiel hier irgendwas, was Chewakka nicht kann? Also Eddie ist ein sehr sportlicher Hund. Er liebt es für sein Leben gern zu springen. Da kann er dann einige Tricks, die Chewakka nicht kann. Okay, kannst du mal irgendwas zeigen? So einen richtigen Sprung vielleicht sogar? Eddie, hopp, super. Nee, krass. Ist ja krass. Super und hopp. Alter. Meinst du, das macht er bei mir auch? Ja, du kannst dem ausprobieren. Ich probiere mal. Einfach den Arm so raus. Eddie, hohe. Krass, und nochmal. Mega, jetzt muss ich ihn auch belohnen, oder? Ja, genau. Das hast du supergut gemacht. Jetzt ist er so ein Typ, das merkt man direkt, finde ich. Der ist ein richtiger Raufbold irgendwie und auch wahrscheinlich so eine Rampensau. Was wäre denn so eine Action-Szene, die er als sportlicher Hund in einem Film super spielen könnte? Zum Beispiel. Also, Eddie könnte zum Beispiel gut Verbrecher stellen, indem er sie von hinten anspringt. Okay, wir gucken zu. Also, sitz, bleib. Oh, jetzt bin ich gespannt. Und hopp. Boah, Verbrecher gefasst. Super. Sau gut. Also, in einem Film hätte der jetzt quasi noch irgendwie in deine Kapuze gebissen oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall den Gegner von hinten. Ja, und der Verbrecher wäre zu Boden gefallen. Na klar. Na klar, ja. Was wären denn so Grenzen? Wo hört es denn wirklich auf, dass man sagt, so etwas kann man einem Hund dann auch nicht mehr beibringen? Also, das Allerwichtigste ist, dass man das Tier, den Hund oder welches Tier auch immer, nie in echte Gefahr bringt. Also, wenn der Hund jetzt durch einen Feuerreifen springen soll, dann darf das kein echtes Feuer sein, woran der Hund sich verletzen könnte. Also, man guckt halt, was ist der Hund für ein Typ? Woran hat der Spaß? Was kann er gut? Wo sind seine Talente? Und dann arbeitet man mit dem Hund so lange, bis man eben Sachen erarbeitet hat, die er gut zeigen kann. Der Spaß muss an erster Stelle stehen. Für uns und für den Hund. Ja, na klar. Nicht alle Menschen finden es gut, dass in Film und Fernsehen echte Tiere vor der Kamera stehen. Die Kritiker sagen, Für die meisten Tiere ist der ganze Trubel beim Dreh großer Stress und manche Szenen können für die Tiere auch echt gefährlich sein. Die Befürworter wiederum sagen, Aber die Tiertrainer entscheiden doch schon vor den Dreharbeiten, ob Szenen zu gefährlich sind und lehnen sie dann ab. Und beim Dreh passen sie immer auf die Tiere auf. Die Kritiker sagen dazu, das stimmt vielleicht für die Dreharbeiten. Aber vielleicht wurden die Tiere ja beim Training in den Monaten davor schon gequält. Außerdem können doch Tierbilder heutzutage am Computer voll leicht hergestellt werden und man braucht gar keine echten mehr. Ja schon, sagen dann die Befürworter. Aber nichts ist so echt wie echte Tiere und Computertricks sind richtig teuer. Außerdem lernen Tiere doch voll gern und haben oft viel Spaß dabei. Und so weiter. Fest steht, in Deutschland gibt es strenge Regeln, damit Tiere bei Dreharbeiten geschützt sind. Und das ist auch richtig so. Denn egal wie gut ein Film ist, kein Tier darf dafür leiden. Auf der Ranch gibt es noch viele andere Tiere, die bei Film und Fernsehen arbeiten. Zum Beispiel Ziege Heidi, die Schafe Mona und Lisa und dieses Schwein hier. Rollt ihr mir einen roten Teppich aus? Ja. Hallo, wer bist denn du? Super, schau mal. Das ist die Motte. Danke, Motte. Und das hast du ihr beigebracht? Ja, also nicht jetzt gerade, den Trick kannte sie schon. Aber ja, das haben wir eh gelernt. Dann lauf ich jetzt auch meinen Begrüßungsteppich lang. Motte, komm mal her. Machst du Platz? Motte, komm. Aber jetzt sag mir mal kurz bitte, warum muss ein Schwein lernen, wie man einen Teppich ausrollt? Ja, manchmal sind im Film ja ganz verrückte Sachen gefragt. Und dafür müssen Schweine dann eben lernen, Schubladen aufzumachen, Teppiche auszurollen, sich hinzusetzen wie ein Hund. Wer denkt sich denn solche Sachen eigentlich aus, was die Tiere können müssen? Also das machen in der Regel nicht wir, sondern die Drehbuchautoren. Okay, also die Person, die sich beim Film die Geschichte überlegt und dann eben auch weiß, ich brauche in meinem Film ein Schwein, das einen Teppich ausrollt. Ja, das passiert aber immer in Absprache mit uns. Das heißt, wenn die sich ausdenken, das Schwein soll den Teppich ausrollen oder die Schublade aufmachen, dann fragen sie uns, ob das Tier das denn auch machen kann, ob wir das dem Tier beibringen können und dann machen wir das. Motte trainiert gerade auch Slalomlauf. Das funktioniert ähnlich wie bei Hunden, mit viel Futter als Belohnung und ganz viel Geduld. Schweine sind nämlich ziemlich stur. Ist auch gut. High Five kann sie nicht, ne? Nee. Okay, bei Hunden und Schweinen kann ich mir jetzt vorstellen, wie die Tricks lernen. Aber erinnert ihr euch noch an das Huhn vom Anfang der Sendung? Das konnte Klavier spielen. Und wie das geht, kläre ich in meiner letzten Checker-Frage. Hühner sind sehr neugierig und entdeckungsfreudig. Wenn wir einem Huhn beibringen wollen, Klavier zu spielen, dann stellen wir das Klavier vor das Huhn ab und warten, was passiert. Das Huhn wird hingehen und vielleicht mal dran picken. In dem Moment klicken wir und das Huhn bekommt seine Belohnung. Wie beim Hund? Genau. Was für ein Lied ist das, was ihr da spielt? Na, rat mal. Das ist was ganz Besonderes. Das Hühnerlied, ne? Ja. Na klar. Sehr gut erkannt. Eine richtige Melodie kann das Huhn nicht lernen. Aber auch da hilft ein Fernsehtrick. Wir legen einfach andere Töne unter die Szene und schon spielt Oreo ... Na, welchen Song? Richtig. Alle meine Entchen. Alle meine Hühner. Gut, ne? Hühner hauen aus Neugier von ganz alleine auf die Tasten. Mit Belohnung machen sie's dann immer wieder. Gecheckt. Ich bin jetzt noch mal am Set von Rakko, ein Hund für alle Fälle. Gleich wird die letzte Szene für heute gedreht. Und dann sagst du einfach zweimal wow. Ja? Richtig. Das ist deutlich. Ja. Ich bürste ihn noch schön und dann geht's für Rakko ans Set. Dort muss er nämlich gleich was echt Schwieriges spielen. Und das hat was mit dieser Wurst zu tun. Rakko wird mit der Wurst geködert und soll in dieses Auto reinspringen. Jetzt holen wir den Chewakka, dass er sich die Szene auch mal angucken kann. Wir das einmal mit ihm durchüben. Und dann dreht er. Pamina hat Chewakka durch Konditionierung im Training beigebracht, dass er nicht in die Wurst an der Schnur beißt. Das würden Hunde normalerweise tun, sondern ihr nur nachläuft. Also Rakko, zeig, was du kannst. Das hat super geklappt. Yeah, Chewakka hat alles richtig gemacht. So, Wolfgang, willst du es jetzt noch mal probieren? Den Satz sagen. Ja, ja, sehr, sehr gern. Okay, sag. Jetzt eine Frage an euch. Der andere Satz. Jetzt die Checkerfragen. Nein, Mann, der andere Satz. Wir haben doch geübt. Ach so. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. So weit sind wir noch nicht. Soll ich sagen? Nee, nee. Ich will schon, ich will. Und jetzt die Antwort auf die Mitmachfrage. Na super, hast du spitze gemacht. Ja, super nicht. Und ich hab noch mehr zu sagen. Gerade gestern erst ist es mir passiert, dass ich also ... Ich wollte von euch wissen, wer denkt sich Tricks für Filmtiere aus? Na, habt ihr die Antwort entdeckt? Guckt mal. Wer denkt sich denn solche Sachen eigentlich aus, was die Tiere können müssen? Das machen in der Regel nicht wir, sondern die Drehbuchautoren. Also, richtig ist Antwort B. So Leute, das war's vom Filmtiercheck. Drucker und ich machen jetzt zusammen Feierabend. Und den haben wir uns auch verdient. Du warst richtig super heute. Und ihr macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich würde sagen, wir teilen uns noch das Würstchen. Drucker, teilen, hab ich gesagt. Mann, teilen! AufEich, du. Du bist ja nicht Glutten. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, hey. Ziemlich groovy. Der, der immer fragt, der die Action mag. Der, der alles wagt und der, der niemals klagt. Das ist Tobi, Checker Tobi, der ist cool, hey. Ziemlich groovy. Der, der ständig rennt, der, der niemals fennt. Der auch manchmal flinnt und der tausend Leute kennt. Das ist Tobi, Checker Tobi, Checker Tobi!